Der Färberei, das ist alles überliefert, aber was eben nicht überliefert ist, das hinten das Blau, das eigentlich nicht dazugehört hier. Das hat mir mal ein Blau-Färber gemacht, aber das ist tatsächlich so, dass nichts überliefert ist, wie das mal gemacht genau funktioniert. Wie Blau geht es? Ja. Aha. Können Sie mir das nochmal in die Kamera sehen? Jetzt färbe ich ja mit den runtergefallenen, den zur Zeit runtergefallenen Walnüssen, mit den grünen Walnüssen färbe ich ein schönes Braun, so wie die Bolle da hängt. Alle anderen Farben kommen aus anderen Pflanzen, die hier auch heimes sind. Ja, als Gast bei mir im Stand ist das Blau. Und beim Blau ist der Faden weg. Der Faden ist weg bei Blau? Ja. Und was hat die vorhin gesagt zu dem Blau? Dass es nicht mehr gibt. Ja. Die Technologie des Färbens, die ist überliefert. Aber beim Blau-Färben ist eben leider, fehlt ein winziger Schritt. Es hat in den 90er Jahren, hat es Forschungen gegeben in Thüringen, da ist in, weiß ich zufällig, weil ich den Mann kennengelernt hatte, der ist in über 3.000 Versuchen, in über 8.000 Varianten, muss man sich mal vorstellen, Färbe-Varianten, haben sie versucht, das alte Blau wiederzukriegen. Es hat nicht geklappt. Weil ein winziges Stück Wissen absolut verloren gegangen ist. Vielen Dank. Vielen Dank.